Es war eine gigantische Asteroidenexplosion über der Beringsee. Sie hatte die zehnfache Stärke der Atombombe von Hiroshima. Wäre dieser Brocken in einer Stadt niedergegangen, wäre sie zerstört worden. Alle Einwohner wären umgekommen. Oder noch schlimmer, er wäre in die Beringsee gestürzt. Und warum das so verheerend wäre? Alle Infos jetzt bei Clixoom Science & Fiction. Hier gibt's täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Ständig schlagen riesige Asteroiden auf der Erde ein oder explodieren in der Atmosphäre. Childa Binz 2013 war die letzte große Explosion und jetzt schon wieder. Damals wurden rund 7.000 Gebäude beschädigt und 1.500 Menschen verletzt. Die Sprengkraft jetzt 173 Kilotommen, das Zehnfache der Hiroshima-Bombe. Durchmesser wahrscheinlich 10 Meter, Geschwindigkeit unfassliche 115.200 Kilometer pro Stunde. Und nur weil der Asteroid etwas mehr als 25 Kilometer über der menschenleeren Beringsee explodiert ist, kam niemand zu Schaden. Es handelt sich um die zweitschwerste derartige Explosion in diesem Jahrhundert. Das Ganze geschah bereits im Dezember. Niemand hatte es bemerkt und das zeigt auch, dass selbst Mega-Explosionen niemand auffallen. Riesige Regionen sind einfach unbewohnt oder einfach mehr wie rund 70 Prozent der Erde. Selbst große Einschläge fallen dort nicht auf. Und aufgrund der zentrischen Wellen-Entstehung gibt es auch keine großen Tsunamis, wie wir hier letztlich berichtet haben. Da der Einschlag punktförmig ist, verlieren sie ihre Energie sehr schnell und sind ab einer Entfernung des Einschlags von mehr als 20 Kilometern vom Festland mit aller Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr gefährlich. Etwas ganz anderes könnte die furchtbare Konsequenz sein. Mehrere hundert Megatonnen Wasser werden durch den Einschlag bis in die Stratosphäre katapultiert. Ein Teil davon sehr schnell über den Eintrittsweg des Asteroiden, weil er hier ein Teilvakuum zurückgelassen hat, das jetzt das Wasser ansaugt. In der Stratosphäre kann das Wasser dann Monate oder Jahre verbleiben und heizt dann den Treibhauseffekt auf der Erde noch weiter an. Das wäre die schlimmste Katastrophe und könnte zu Millionen Toten führen. Sprich, ein Einschlag direkt in eine Millionenstadt wäre zwar verheerend und würde sie wahrscheinlich wie eine Atombombe vernichten. Ein Einschlag in einen Ozean aber könnte weitaus verheerender sein, weil er Auswirkungen auf die ganze Erde haben würde. Und eins wird durch diese Explosion klar. Wir sind einem Asteroiden Dauerregen ausgesetzt. Und wenn man sich dann die Karte der NASA ansieht mit den größeren Asteroiden, die in die Erdatmosphäre eingedrungen sind, dann bekommt man schon ein wenig Bammel, wie viele das sind. Und man sieht, dass die aktuelle Explosion wirklich mit der Explosion über Chelyabins zu den beiden größten gehört, die bisher festgestellt wurden. Und es zeigt auf, wie dringend wir etwas gegen Asteroiden tun müssen und die NASA wird jetzt aktiv Premiere. NASA will Asteroiden aus der Bahn werfen, dafür hier klicken, anschauen und abonnieren. Bis dann, bleibt dran!